Hallo und willkommen zurück bei Kirby Triple Deluxe. Beim letzten Mal haben wir kommigerweise direkt zwei Bossgegner auf die Fresse bekommen. Schauen wir jetzt einfach mal, was da jetzt so weitergeht. Das sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Das sieht schon wieder nach Auskämpfen aus. What? Okay. Oh, ich glaube, wir kämpfen jetzt gegen den Baum. Oh, diese Musik. Ich habe Hunger auf Bäume. Oh. Woops. Sorry. Das erinnert irgendwie an Kirby's Adventure für die Wii. Na, komm. Und Schneemann. Kriegen wir was? Ein One Up. Na ja, dann haben wir ja wenigstens schon mal das Up wieder, was wir im letzten Teil verballert haben. Oh, nein. Oh, das könnte knapp werden. Das wird knapp. Das wird knapp. Ah. Ey, was? Was soll denn der Unfug? Was soll denn der Unfug? Wie sollte man das denn bitteschön schaffen? Kann man noch mal zurück? Bestimmt. Nein, wir können nicht noch mal zurück. Oh, Mann. Im Hintergrund geht voll die Sternen-Party ab. Toll, jetzt haben wir da den Kopf nicht. Mann, 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 Mann. Guck mal, ja, hier. Guck mal ran auf den Meter auf zwei. Wenn du mit so einem Ding getroffen... Ey, was soll das denn? Wenn du mit so einem Ding getroffen wirst, dann ist auch alles vorbei. Das Geniale ist, dieses Vieh kann auch einfach mal gar nicht laufen. Also, laufen schon und nicht rennen. Doch. Keines Wohl. Wah. 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 Das ist bestimmt ganz oben. Oh, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Verdammt. Du bist kein Ausgang. Du bist auch kein Ausgang. Du bist ein Ausgang. Du bist auch ein Ausgang. Oh, Mann. Oh, Mann. Falscher Ausgang. Oh, Mann. Check mir doch... Check mir doch mal bitte, wer hier irgendwie was zum Snacken. Das fände ich ziemlich cool. Ach, da ist wahrscheinlich eine Supertomate drin. Ich brauche Energie. Please. Oh, GG. Da weiß ich ganz genau, dass ich das so nicht schaffe. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, das war's. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Verdammt. Jetzt durch, durch, durch. Wow. Komm schon. Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ich werde sowas von sterben Wow Na ja, so kann sich das Blatt auch wenden Oh Mann 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 Du nix mehr bauen Das sieht irgendwie aus wie das Vieh aus Sag mal schnell Oh Mann Oh Mann Geh weg Ich würde schon sagen Ähm Aus Metroid Diese Statue So sah das aus Oh Mann Oh nein Chameo Chameo Was auch immer Oh das sieht nach Zirkus aus Bis zum nächsten Mal Uh An oh volle energie das ist natürlich immer super du gehst mir auch wieder stuff so und dann machen wir direkt den nächsten plat fumm 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 ja genau bleibt da stehen ja ja Das war's für heute. Und Flemly. Nein, komm. Okay. Die Bossfights zum Teil sind echt heftig. Ab in dein Bild. Los. Oh, mein Sterb auch abgefackelt. Whoops. Hmm. Hmm. Und dein nächster Boss. Das ist höchstwahrscheinlich. Wow. Ach, der Baum. Ja, du wirst schon kleiner, wirst schon kleiner. Was passiert jetzt? Ach ja, das war diese Schuhe. Ah. Nein, nein, nein. Okay. 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 Und fertig. Und fertig. Hier. Wapp, wapp, wapp. Du, 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 du. Ja, Bimmel, du. Was? Was? Dieses Level nimmt kein Ende. Dieses Level nimmt kein Ende. Ich glaube, das macht mehr Schaden als wenn ich... Ah. Geh weg. Geh weg. Nein. Oh, du blöder Frosch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, Mann. Das könnte echt knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Nein. Oh, Mann. Ja, komm. Jetzt will er es wissen Das war knapp Ja komm, geh unter Ja, richtig so So und nicht anders Das muss es doch jetzt gewesen sein Immer noch nicht Ja doch, wow Party hart und so Puh Oh nein Fitter Ja, das war wieder ein übelst krasser Level Muss man mal dabei sagen Das ist Da wurde mit Bossgegnern um sich geworfen So nach dem Motto Hier, komm, nimm, friss und stirb Oh, Level 5 Aber was sich dort befindet Das finden wir erst im nächsten Part heraus Wenn es wieder heißt Mit Kirby Triple Deluxe Wird das der letzte Part sein? Man weiß es nicht Man wird das Ganze noch sehen Hmm Dementsprechend würde ich sagen Kommentiert Liked Und lasst sogar ein Abo da Das ist immer gerne gesehen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Wenn es vielleicht das letzte Mal ist Mit Kirby Bis dahin decid die Bis zum nächsten Mal.